Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz kurz mit ein paar Befehlen auseinandersetzen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und zwar relativ simpel, wir wollen einmal den Container stoppen, wir wollen den Container löschen und, das haben wir schon getan, und wir wollen auch das Image löschen. Und das ist eigentlich relativ straightforward. Vielleicht habt ihr einfach was Besseres oder was Neueres oder, 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 was ihr gerade einfach hier nicht mehr braucht. Das heißt, wir sagen hier sudo docker und erstmal wollen wir natürlich, weil wir vielleicht diese ID hier gerade nicht mehr zur Hand haben, wollen wir uns erstmal alle ausgeben lassen, die gerade laufen. Und jetzt seht ihr hier auch übrigens, dass diese Container-ID hier vorne dieselbe ist wie die lange ID, nur dass sie eben nach einer Weile abgeschnitten wurde. Das reicht völlig aus, wir können sowohl die lange als auch die kurze ID verwenden, geht beides, kein Problem. Okay, was wir jetzt machen können ist, wir wollen hier tatsächlich erstmal das Image oder den Container stoppen. Das machen wir mit sudo docker stop und dann einfach diese kurze oder die lange Container-ID einfach hier reinfügen. So, wunderbar, dann wollen wir den Container löschen. Docker remove den da und schon haben wir den Container entfernt. Nun, wir wollen auch die Images ein bisschen zurecht schnipfeln, denn die verbrauchen sehr viel Platz. Also schauen wir doch mal nach sudo docker image ls. So, und jetzt sehen wir hier wieder mal alle Images, die wir hier zur Verfügung haben. Das sind relativ viele. Ja, image ls besagt mir in etwa so viel wie, ls ist hier quasi der Linusbefehl zum list all im Endeffekt. Also zeig mir, was ich habe sozusagen. Und deswegen funktioniert das hier auch. Genau, und jetzt kann ich hier im Endeffekt wie bei einem ganz normalen Linusbefehl alles machen, was ich möchte. Zum Beispiel kann ich eben auch sagen, rm engine x. Was nicht funktioniert, weil ich offensichtlich, also jetzt geht es auch darum, wir wollen ein bisschen Fehlernachricht natürlich auch verstehen. Hier steht drin, dass ich ja noch einen Container habe, der das gerade benutzt. Hm, okay, was ist jetzt hier gerade passiert? Nun, gehen wir doch nochmal zu den Containern rein. Das ist nicht der Container, hier f92559, der das Image verwendet. Also ihr könnt Images nicht löschen, wenn ein Container dieses Image gerade verwendet. Schwierig, schwierig. Warum haben wir hier noch einen Container? Naja, ganz einfach, weil wir einen inaktiven Container haben. Und zwar nicht nur einen. Wir haben relativ viele inaktive Container, weil ich natürlich sehr, sehr viele engine x gestartet habe, dann wieder beendet habe, aber nicht gelöscht habe. Das heißt, was wir zuerst machen müssen, ist, wir müssen hier sudo docker container prunen. Ups, prun. Ja, möchte ich alle weg haben. So, gucken wir mal. Das dauert ein bisschen. Und wir haben insgesamt 150 Byte wieder gewonnen. Yes, wundervoll. Jetzt haben wir offensichtlich hier keinen mehr. Was wir jetzt machen können, ist natürlich, jetzt geht das. Jetzt können wir engine x einfach aus unseren Images löschen. Und wir sehen, dass hier natürlich mehr als nur dieses eine Image verloren geht, sondern einfach tatsächlich hier alles, was damit zusammenhängt, einfach wirklich gelöscht wird, weil wir es nicht mehr brauchen. Wir können es natürlich jederzeit wieder neu runterladen oder neu erstellen oder, oder, oder. Das ist ja kein Problem. Aber so können wir natürlich auch wieder Platz sparen im Endeffekt. Und ja, ist schon nützlich. Ihr könnt auch hier sudo docker image prune machen. Dann werden alle Images gelöscht, die ihr gerade nicht mehr verwendet, was in meinem Fall alle außer dem MySQL Image wären. Dann, das will ich allerdings nicht, denn meine Internetleitung ist nicht die schnellste und ich muss tatsächlich eine Weile warten, bis ein Image runtergeladen wurde. Also zum Beispiel für das engine x musste ich wirklich über eine Minute warten, was nicht viel sich anhört. Aber wenn es dann mal größere Images sind, dann, äh, ja, ne. Deswegen, wenn ihr wollt, wenn ihr aufräumen wollt, dann pruned ruhig eure Images. Aber, ähm, ich mache das jetzt hier nicht. Genau. Und so kann man das ein kleines bisschen verwalten. Im Endeffekt sind die Befehle relativ simpel. Ähm, und sie sind vor allem für sudo docker image. Dieselben wie für sudo docker container. Nur, dass es eben, das eine bezieht sich auf Images, das andere bezieht sich auf Container. Sehr, sehr, sehr nützlich hier. Für Container kann man natürlich auch einfach das hier weglassen. Das heißt, sudo docker rm wird euch immer einen Container entfernen, beziehungsweise das, was ihr eben hinten dran angebt. Und ja, im Endeffekt funktioniert das auch wunderbar. Okay, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Natürlich ist das jetzt nicht eine Übersicht über alle Befehle, logischerweise. Es gibt sehr, sehr viel mehr, aber das sind die, die ihr höchstwahrscheinlich sehr, sehr häufig brauchen werdet und die ihr auch wirklich verinnerlichen solltet. Und wir wollen uns natürlich hier langsam vorhangeln und nicht jetzt schon mit dem, äh, total deepen Stuff anfangen. Das kommt erst alles noch. Okay, das war es von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.